so liebe freunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal mir ist langweilig deswegen nehmen wir das heute mal auf und ich wollte ja schon lange das mal ausbauen hier in dem bereich deswegen werden wir uns heute mit einem neuen thema beschäftigen ihr werdet euch wundern warum ist eine linux oberfläche bei mir zu sehen wir werden heute mit uns mit der installation eines servers beschäftigen und zwar ist das die einleitung einer alten reihe die ich schon mal hatte aber lange nicht fortgeführt habe und zwar ist es einfach ich will ja mache nicht nur gaming videos sondern hat auch tutorials und solche sachen und deswegen werden wir heute beginnen damit dass wir eine installation eines minecraft servers vornehmen und zwar auf einer debien maschine und zwar auf einer sehr 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 schlanken debien maschine und diese wird dann von uns verwendet um damit zu arbeiten also wir werden das wird eine reihe von videos werden im ersten video werden wir die installation die einrichtung machen im zweiten video werden wir ein modpack installieren ich habe mich hier weil es sehr beliebt ist momentan für live in the woods entschieden und darauf folgend werden wir dann im dritten video werde ich euch zeigen wie man das verändert generell ist das jetzt die einleitung einer ganzen serie von videos die kommen wird mit server installation und sowas weil man muss ehrlich sagen ich zocke gerne aber halt ich administriere auch server gerne und das auch sehr viel eigentlich das ist auch mein beruf mehr oder weniger also ein teil meines berufes und daher werden wir uns dann mal anschauen wie das so geht ich überlege noch wie wir das welche musik ich im hintergrund laufen lassen soll ob ich überhaupt musik einspiele oder ob er einfach nur mein gequatsche hört das werden wir sehen so genug mit dem gequatsche was haben wir vor uns das ist jetzt eine debien maschine also linux gibt es in diversen derivaten ich entscheide mich gerne für debien weil es halt in einer bestimmten fassung halt nicht überfrachtet ist so kurze info noch alles was ich hier vorführen werde und beschreiben werde wird es sowohl in der video beschreibung als auch als textdatei zum download geben und daher macht euch mal keine sorgen ihr müsst das video nicht anhalten oder so das ist alles dann erklärbar und zwar ich mach mal eben das internet auf dann zeige ich euch welche ich genommen habe und zwar geht einfach für diejenigen die noch nie debien gemacht haben am besten ich nehme immer die cd usb isos die live images und hier den bereich anwählen amd x64 und genommen habe ich jetzt die mit der xfce oberfläche das ist die die ihr vor euch seht die ist sehr simpel also natürlich nicht vergleichbar mit modernen oberflächen von windows 10 oder ubuntu oder solchen sachen aber es ist sehr sehr ressourcenschonend ich gucke gerade mal nach im idle habe ich jetzt meine nachbarn bohren wieder ich hoffe das ist nicht zu laut im video also im idle habe ich gerade 1 prozent ram also verbrauch und wer verbraucht knapp ein gigabyte ram das ist doch in ordnung andere werden darüber hinaus darüber hinaus gehen das bohren natürlich selbst durch die kopfhörer ich hoffe dass wir haben sonntags 16 uhr und die sind am bohren naja das ganze läuft bei mir falls es jemand interessiert auf einer proxmox wirtelmaschine ich kann das mal im klein machen ich bin hier per remote desktop drauf also auf einer proxmox maschine und da ist halt da läuft der server drauf das heißt das ist einfach ein alter rechner den ich hier stehen habe der halt ausgemustert worden ist in dem falle ein quad core cpu und der halt wo ich halt unendlich viele vor allem drauf laufen kann ich könnte das auch noch oder das ist in vielen fällen bei mir auch geclustert das bedeutet dass da unendlich viele cpus in unendlich hoher rahm größe arbeiten können die festplatten sind etwas lahmlich habe aber das ist ein anderes thema so ihr ladet euch auf jeden fall der wien runter installiert das auch sei es auf einer virtuellen maschine wie ich das jetzt gemacht habe einem kvm ist es genauer zu sein vm wäre virtual box whatever ihr könnt damit auch sehr gut vms virtualisieren womit ihr mit freunden spielen könnt die ihr dann mitnehmt oder auch miteinander tauschen könnt oder ihr habt einen alten rechner den ihr dafür verwenden könnt ihr braucht nicht viel leistung also ihr braucht wenn ihr nur mit ein paar freunden spielen wollt sicherlich keinen i7 da ist mehr der ram wichtig als der die cpu leistung quad core reicht da völlig aus so das debian installiert ihr das führe ich jetzt nicht vor wir haben hier ein fertiges debian und das heißt wir beginnen damit dass wir die konsole öffnen da sieht man jetzt das ist halt der unterschied für die meisten leute die von von windows kommen die werden diese oberfläche nicht kennen das ist halt das aller aller meiste läuft in linux in der terminal oberfläche ab das bedeutet ihr müsst befehle eingeben und da beginnen wir eigentlich auch schon mit und das erste ist wir müssen uns als user mehr rechte geben das heißt wir geben so ein dann das admin passwort und jetzt sind wir ruht ruht ist der administrator des rechners und das erste was wir machen werden weil wir das gleich brauchen ist einfach sekunde ich habe mal wo ist mein schlauer zettel so wir müssen eine datei bearbeiten weil halt mir ist aufgefallen in der in der aktuellen fassung von debian wird die java engine nicht mit ausgeliefert die wir gleich brauchen werden das heißt wir werden eine datei bearbeiten und zwar das ist die liste wo er sich die downloads holen soll ich mach das mal groß damit ihr es besser sehen könnt normalerweise bei einem standard debian wird die bis hier gehen diesen eintrag diese drei zeilen müsst ihr hinzufügen die beiden ihr wo ihr den cursor blinken seht sind rein informativ für euch die sind damit ihr später noch wisst wofür ihr das gemacht habt dieser eintrag ist wichtig damit wir gleich das open also das java runterladen können im nächsten schritt machen wir updates das heißt wir gehen app get update ein und jetzt lädt er sich die aktuellen update dateien runter also das sind noch nicht er lädt noch nicht die updates sondern einfach nur die informationen was zu updaten ist bei mir geht das jetzt relativ schnell bei euch wird das länger dauern nicht wundern ich habe eine gute internet leitung ich habe das vorbereitet weil ich weiß wie lange das dauert im nächsten schritt gibt ihr app get upgrade ein und upgradet euer system bei mir sagt er einfach es ist nichts zu installieren weil das bereits installiert ist im nächsten schritt gibt ihr app get install open jdk d-8 minus jdk ein das lädt das java development kit runter und das braucht ihr dann um nachher ich habe es doch eben installiert ich installiere es einfach nochmal und ihr habt wahrscheinlich nicht alle komponenten eben installiert die wir brauchen und Und diese Installation, die jetzt hier läuft, das ist halt Minecraft basiert auf Java und das brauchen wir dann, um den Server auch zu betreiben. Und jetzt rattert ihr die ganzen Pakete durch, die halt installiert werden, um das Programm zu benutzen. Das kann, wie gesagt, bei euch länger dauern, das kann schneller gehen, je nachdem, was ihr für eine Internetverbindung habt. Das muss nicht innerhalb von einer Minute fertig sein, das kann auch sein, dass das eine Stunde dauert oder sowas. Also Java nicht, aber die Updates vorher. So, damit ist euer Java jetzt vorbereitet dafür, dass ihr arbeiten könnt. Ich habe jetzt noch als Tipp, ich mache das Fenster mal sauber, damit ihr es besser sehen könnt, XRDP installiert. Damit arbeite ich auch gerade. Was ermöglicht XRDP? Ihr könnt dann von einem normalen Rechner, Windows Professional, Windows 10 Professional, Windows 7, könnt ihr per Remote Desktop auf den Rechner zugreifen. Das heißt, ihr müsst nichts als Demon starten, ihr müsst nichts als Monitor anschließen. Ihr könnt den PC einfach an Strom, an Netzwerken anmachen und ihr kommt per Remote Desktop drauf und könnt damit arbeiten. Das ist super, wenn ihr eine LAN-Party macht oder den irgendwo im Haus stehen habt und wo ihr keinen Monitor zu stehen habt oder solche Sachen. Weil nehmen wir zum Beispiel meinen Rechner, der ist halt alt, die Lüfter sind brechend laut. Das muss ich nicht haben. In dem Falle wird er sagen, ich habe es schon installiert, er möchte es nicht nochmal installieren. Damit sind die Vorbereitungen für die Installation von Minecraft fertig. Welche Minecraft-Version nehmen wir jetzt? Man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt jetzt eine Basis-Version von Minecraft oder man nimmt eine mit Administrationsoberfläche. Und dafür nehmen wir, also ich nehme mir dann immer gerne MacMyAdmin. Das ist eigentlich, das ist nachher hier, das ist eigentlich nichts anderes als eine Verwaltung von einem Minecraft-Server. Der halt auch sehr bald in der Beta 3 erscheinen wird. Hat halt, ihr seht ja schon im Vorschau nach, ein sehr schönes Web-Frontend. Ich zeige das gleich mal. Und wird halt auch von einigen größeren Internet-Anbietern angeboten, wo es halt auch sehr teuer werden kann. Und das ist halt so die Sache, dann könnt ihr selber so einen Server aufsetzen und damit arbeiten. Das ist super geeignet, das ist komplett modbar. Weil alles, was ab dem Punkt Minecraft läuft, interessiert MacMyAdmin nicht. Das ist einfach nur eine Konsole, wo ihr sehen könnt, wie viele sind online, wie ist die Auslastung und solche Sachen. Ich zeige das gleich einfach mal. Unter dem Reiter Downloads und dann GNU Linux findet ihr die Anleitung, wie ihr das installiert. Hier könnt ihr einfach nur mit Copy & Paste arbeiten. Wir werden es gleich eintippen. Wie gesagt, die Texte selber und auch die Links werdet ihr alles in der Beschreibung finden. Wir werden das jetzt einfach mal brav abtippen. Und dafür müssen wir erstmal als Admin, das sind wir ja noch, müssen wir einfach jetzt erstmal die Voraussetzungen für MacMyAdmin installieren. Und dann müssen wir einfach ein kleines Tool von denen runterladen. Das geht sehr schnell. Wichtig ist, achtet bitte auf Groß- und Kleinschreibung, wenn ihr das abtippen solltet. Das ist sehr wichtig, weil die Datei kann halt, wenn die halt falsch geschrieben ist, wird die nicht geladen. Linux ist key-sensitive und daher, das ist schon wichtig. So, wir haben die Datei runtergeladen. Ich entpacke sie direkt und lösche danach die ZIP-Datei. Das machen diese Befehle. Und da wird der Monobowser installiert. Wer es interessiert ist, wird dann gleich benutzt, um halt die Sache ans Saufen zu kriegen. Das ist die Engine, die dahinter läuft. So, jetzt sind wir als Admin fertig. Wir sagen Exit, um wieder zum normalen User zu werden. Wir sind jetzt wieder ein normaler User. Das heißt, wir können jetzt nichts mehr Essentielles am Gerät ändern. Dafür müssen wir wieder wechseln. So, wir machen jetzt ein Verzeichnis. So. Und das nennen wir, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne das jetzt MacMyAdmin. Da habe ich jetzt ein Verzeichnis mit diesem Wellenlinie, bedeutet, in meinem Heimatverzeichnis. Das kann man sich auch sehr schön angucken. Hier ist jetzt ein Ordner MacMyAdmin aufgetaucht. Ups, der hat ihn ja nur da. So, dann gehen wir jetzt in dieses Verzeichnis. Na. Manchmal nimmt er die Befehle nicht. Jetzt sind wir in diesem Verzeichnis. Jetzt laden wir das Tool als solches runter. Auch hier ist wieder auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Und, ähm, dass ihr halt alles so schreibt, wie die das da hingeschrieben hat. Wer möchte, kann wie gesagt mit Copy & Paste arbeiten. Ich tippe sowas gerne ab, vor allem, weil ich hier nicht mit Copy & Paste arbeiten kann, weil ich per Remote Desktop drauf bin. Das funktioniert leider nicht so ohne weiteres bei XRDP, aber ansonsten läuft das, ihr seht es ja, es läuft ziemlich gut. So, es ist jetzt entpackt worden. Und jetzt löschen wir das noch, weil wir das nicht mehr brauchen. Und im Grunde war das jetzt schon die ganze Zauberei. Ah, ich sollte auch RRM richtig schreiben. So, und jetzt gehen wir einmal her und führen das als, ähm, Config-Befehl ein. Und, ähm, also es ist Konfiguration, dass wir das definieren, wie das aufzubauen ist. So, und der Set Pass, das bedeutet, wir starten jetzt und definieren einmal das Passwort. Das nenne ich jetzt Passwort. Und sagt einfach, er soll es einfach nur konfigurieren. Damit macht er die ganzen Config-Files und solche Sachen. Und all solche Sachen. Und er lädt jetzt auch Updates runter, entpackt das, wird es jetzt einmal versuchen zu starten. So, und das war's. Was wir jetzt noch machen, ist den Server starten. Das war jetzt die ganze Magie. Dafür nehmen andere Hersteller dann richtig viel Kohle von euch. Wenn ihr das kauft. Und ihr habt eine super Umgebung, um zu spielen, um zu testen und all solche Sachen. Und ihr habt sogar erkannt, dass das eine VMware ist. Das ist sehr schön. Der erste Start kann immer was dauern. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier noch mal reingucken, er legt gerade hier im Ordner Minecraft gleich einiges an. So, und jetzt steht hier, dass er gestartet worden ist und dass der erste Start über die Webkonsole beendet werden soll. Dafür öffnet ihr den Bowser und sagt localhost und den Port 8006. Ach, Entschuldigung. Den Port 8080. Entschuldigung. Der Benutzernamen ist admin. Und das Passwort, was ihr euch gewählt habt. Und jetzt richtet ihr das ein. So, dann kommt der Begrüßungsbildschirm, dass man doch die bei Twitter folgen soll. Und jetzt kann man sich die ganzen Einstellungen hier vornehmen. Es ist leider in Englisch. Ich weiß auch nicht, ob man es ändern kann. Und man stellt das so ein, wie man es haben möchte. Die Einstellungen, die man hier machen kann, haben nur was mit Vanilla zu tun. Die haben nichts mit irgendwelchen Mods oder irgendwas Ähnlichen zu tun. Und hier könnte man zum Beispiel noch ein Modpack vorladen, nach wie vielen Minuten die Leute nach AFK fliegen sollen. Dann Server Settings. World Seed kann man jetzt hier ein Seed definieren. Einstellung für den Weltgenerator, die Sache, was für einen Server man haben möchte, etc. Müsst ihr darauf achten, es gibt hier einige dabei in der Liste, die nicht mehr funktionieren. In unserem Fall interessiert uns ja nur der Vanilla. Den installieren wir jetzt auch mal. Hier kriegt ihr die Mitteilung. In dem nächsten Video werde ich jetzt zeigen, wie ihr auch andere benutzen könnt, weil wir dann ja Forge brauchen. Welche Version er nehmen soll. Wie viele Spieler auf den Server dürfen. In der kostenlosen Version von MatMyAdmin sind es immer 10. Die Idee ist ja auch, dass, das ist ja eher so für euch privat gedacht. So, View Distance. Das müsst ihr halt alles einmal einstellen. So, das ist, ab jetzt ist das eigentlich schon eine Einstellung für den Server selber. Jetzt würdet ihr hier die Welten sehen, die generiert worden sind. Den Servernamen könnt ihr noch einstellen. Was für eine Sache, Whitelisting, wer rein darf, etc. Das kann man alles hier einstellen. Ihr seht hier, der speichert es auch sofort, sobald man was gemacht hat. So, Plugins ist uninteressant für uns, weil das ist eigentlich ein altes, aus Bucket-Zeiten stammendes Paket, was nicht mehr funktioniert. Farben kann man hier einstellen, wenn andere Leute sich einloggen wollen. Ihr habt einen File Manager, am besten guckt ihr euch das mal an. Hier ist ein, zum Beispiel, hier müsst ihr aufpassen, hier ist ein Restart um 4 Uhr morgens eingestellt. User-Gruppen könnt ihr damit auch in verschiedene Sachen reinschreiben. Und das Wichtigste, Auslastung. Wir starten jetzt mal den Server. Sieht man jetzt nämlich auch schön in der Konsole. Starting Minecraft-Server. Das ist das, was der im Prinzip machen würde, wenn er, ähm, ähm, oh, wir müssen, oh, wir sehen, er meckert die Euler an. Das heißt, ähm, da sagt er jetzt auch, wir müssen die einmal akzeptieren, das macht er für uns automatisch. Und jetzt startet er auch. Und er meckert jetzt einige Dateien an, die halt nicht da sind, die Whitelisting-Sachen und so. Das hat aber nichts zu bedeuten. Ihr seht doch, die Meldungen sind nicht rot. Das ist einfach nur ein Hinweis, er hat sie nicht gefunden. Der Server startet jetzt durch. Genau. Und der Server ist restarting. Genau, er hat jetzt auch festgestellt, oh, ähm, es dürfen maximal zehn Leute auf dem Server sein. Und das ändert er jetzt gerade ab. Und wir sehen jetzt aber schon, wenn wir jetzt hier reingucken, in die Konfiguration, unter World Manager, müssten eigentlich unsere Welten auftauchen. World, da ist sie. Und der Server ist gestartet. Und das ist das, was ich meinte, dass ihr die Auslastung seht und all solche Sachen. Das ist sehr praktisch. Ihr könnt jetzt stoppen, restarten. Es gibt eine App dafür und solche Sachen. Aber auch, obwohl er hier sagt, es ist ready to getting started, der ist bereits gestartet. Und solche Sachen. Und ja, und das ist ein Minecraft-Server, den ihr jetzt auch schon benutzen könnt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich freue mich darauf, euch denn die nächsten Videos präsentieren zu können. So sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.